Herzlich Willkommen, hier Snowrunner und Gotax. Blöde. Toll. Geil. So. Auftrag. Auftrag, ich hab aufgetankt. Und? Auftrag, wir brauchen Mecken. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, und was machst du denn da? Gucken, wie du auf der Seite liegst. Und fahr weiter. Was? Nicht? Ach, verdammt, ich vertu mich da jedes Mal. Tu nicht. Shit. Welche mal mitbringen? Oh, ähm. Oh, ein bisschen Skill? Skill, ja. Schuhrerschein, irgendwie sowas. Oh Gott, nee, kannst du knicken. Hm, hm. Mach los. Nee, Skill ja, aber, nee, Schuhrerschein kannst du knicken. Hab ich vergessen. Schade. So wie ich hier fahr. Du fährst? Ich fahr. Das ist aber toll. Ich weiß. Sag mal, geht dir? Nee, du fährst. Achso, wird er grad dunkel? Ja. Kommen wir da? Deswegen, komm schnell, ich hab Angst. Kein Problem. Wenn du komische Geräusche, siehst du im Dumpf oder Lichter, einfach nicht hingucken oder zuhören. Okay, warte, ich will, du machst dich. Prost. Shit. Ähm. Hast du noch ein Auto? Ich muss ja mal, ähm. Ey, die Federung geht. Ist kein Problem. Was musst du? Nee, alles gut. Bin gleich da. Ach ja. Also. Denk an die Siegel. Die müssen ja wieder draufpacken. Viel Spaß bei der Kransteuerung. Ja. Oh Gott. Viel Spaß euch beim Zugucken. Ja. Schalte lieber bei mir ein. Da müsst ihr das nicht mit antun. So. Oh, ne Brücke. Wie kann man die mal aufgebaut? Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Differenzial geht nicht an und Allrad ist dafür immer an. Ah, okay. Mhm. Warum kriegen wir eigentlich LKWs in der Hand gedrückt, die nicht automatisch beides haben? Versteh's mir. So, ne Kapuschen. Ich auch nicht. Hätt nur so ein Ferrari gehen können. Oh, oh. Ferrari, schadalalala. Oh, das Lied wird geendet. Endlich. Endlich, ich hab schon mich auf die neue Vision gefreut. Ich dachte, der kommt gar nicht mehr. Uh, musst du lange warten. Endlich nach so viel Folgen. Ja. Vielleicht hab ich mal nachgetankt. Ich weiß. Ich hab 40 Liter dabei. Klar. Benzin auch. Gut. Geil. 40 Liter. 40 Liter. Das neue Lied. Jetzt auf Ballermatt. Wie geht's schon? 40 Liter. Oh. Ey. Gut Tags. Wo ist hier ne Werkstatt? Ja, 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 ja. So ein Willkommensschul von der Stadt ist ganz schön hart. Also, dass die 63 Schaden an so ein Motor macht, hab ich auch nicht gedacht. Was? Ja. Ja, oder? Ja, schon rein. Krass. Ich glaub, das haben sie auch neu gepatcht. Muss wohl. Irgendwie, ich bin auch gegen die Barken gefahren, auf einmal geht alles kaputt. Versteh ich auch nicht. Mach gar keinen Sinn. Ist hier eine Werkstatt? Juhu. Gut, Beige steht da drauf. Klar, ist da ein Schild. Mach gucken, ob es auch so hart ist. Uh, Hula-Girl. Was? Ach, nichts. So, ich bin gleich da. Ich weiß. Das hab ich jetzt schon mehrfach gesagt. Oh, ich steck fest. Holst du mich raus? Ich weiß. Mann. So. Hast du jetzt den Anhänger abgemacht? Ja, komm. Komm ich wenigstens voran. Ja, gut. Sehr gut. Da sind wir ja stolz auf dich. Das ist ja super. Wir können nix abliefern, aber... Na klar, mit meinen können wir doch dann ziehen. Hä, in welchem LKW bist du jetzt gerade drin? Na, fahrt mal. Ja, aber warum drehen sich bei dem hier die Reifen? Hä? Drehen sich die Reifen. Klar. Merkst du Zelda, ne? Äh, Zelda. Zelda weiß. Zelda merken. Merkst du Zelda, oder was? Merkst du Zelda? Oh, warte. Das war die falsche Taste. Ne, nicht wehdrücken. Da darfst du nicht. Da geht jetzt mal die länder Dings ab. Mach gar keinen Sinn. Nicht wehdrücken. Merkst du selber. Da darfst du... Ich muss nur nicht abziehen. Das ist ja verliehen. Jetzt hast du es selber eben gemacht. Könnte ich nie tun. So, du musst aber schon ein bisschen mitarbeiten. Drück mal weh. Okay. Nicht WF. Mann, jetzt drückt er... WWF. WWF. Kennst du nicht? WWF. Oh. Ja, weiter. Ja. So. Ey, voll easy. So, dann viel Spaß beim Aufladen. Vielleicht machst du von den Motoren aus. Ne, vielleicht fahre ich erst mal. Achso. Vielleicht willst du erst mal aufladen. Ne, aber dazu will ich direkt daneben fahren. Ähm. Reparieren. Prachtstütze ausfahren. Krall gut. Gut, dass ich jetzt noch gut, dass der Fahrer jetzt weiter vorne steht der LKW. Voll. Kommt jetzt hören. Nein, nicht rückwärts fahren. Warum? Das mache ich mit meinen dann. Ach ja, auf einmal. Habe ich doch eben gesagt. Oh, hör doch mal zu. Ich bin schon so weit rückwärts wieder gefahren. Ey, wofür krabbe ich mich denn nach vorne, ey? Weiß ich auch nicht. So, warte aber. Bedienen. Prütze ausfahren. Kran bedienen. Mit was bediene ich den denn? Mit C. Du musst C drücken, dann hast du das Menü. Viel Spaß. Das C drücken, dann hast du das Menü. Du lügst. Hä? Wenn ich weg... Was? Wie geil ist das denn? Ich kann mich selber abschleppen. Hä? Oh, der andere Wagen zieht mich, obwohl ich da gar nicht drin bin. Ah. Kran... Alter. Okay. Ja, viel Spaß, ne? Ja. Ja, hat mal eine Motor ausgemacht. Jetzt gucken wir mal Böde zu, einfach. Erheben, senken. Erheben ist das senkend. Erheben ist das. Okay. Äh. So. Fracht anhängen. Äh. Fall. kran bewegen fünf harten jetzt hast du die nach so dass die losgefahren okay mal gut das ist ja steuerung ist drehen senken verlassen steuerung aus der wagen gucken von und kann hatte heben senken eben winde geben sinken v nein und ja da hat er doch hin kran bewegen einfahren was ein einfahren lassen oder schon auch cool f wobei also das ist ja viel spaß die machen wir nicht da so kann ich die fracht auch noch drehen okay klar die kann ich auch noch drehen sagen wir sind die bescheuert fracht musst du den motor dafür annahmen bestimmt ach du geh doch in den arsch du penner ey hast du jetzt abgefallen hast du ja abgefallen als du den motor ausgemacht hast geh doch in den arsch was ich doch nicht ich kenne den kapitel nicht ich hab dann gesagt er kannst du ausmachen ja war gut dass der drauf gefallen ist ey der fällt einfach runter ich dachte hä willst du das nicht vernünftig machen und äh also ich wüsst nicht dass das runterfällt wenn der motor das macht ja nicht mal sinn wieso fällt das runter wenn der motor ausgeht weißt was das macht ja nicht mehr sinn das macht alles keine sinn das macht alles keine sinn das macht alles keine sinn so ähm c ja ja und ja warte ich fahr ich dir nochmal ah und mein motor ausgemacht warte ich komm mal ich komm ein bisschen näher äh fracht drehen mhm hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi jetzt muss er jetzt muss er nur noch auf den anhängen drauf warte 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 äh uaah läuft doch so komm kenne dich schön und ich würde sagen das das reicht schon als du eine motor ausgemacht hast was willst du denn jetzt von mir ist denn nichts alles gut so ähm fracht drehen heben senken v äh c ähm r 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 So, C. Na 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 na. C, C, C. Computerchaosclub. T-T-T-T-T. So, muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt hier rechts? Ah ja. Ich hol mal kurz ein anderes Auto. Macht der das halt jetzt? Wenn du ja nicht im Bindel nix machen möchtest. Oh. Oh. Naja, den Nachbarn beschwert sich hier bestimmt schon nicht. Den Aufgaben annehmen. Reparatur im Flussufer. Hey, ich hab die Fracht verladen. Ich hab's gehört, glaub ich, bis hier. So, wie geht's? Kann wieder herstellen. Ha! Hast du eben alles drauf wieder? Klar. Schön gerade? Ja, du musst dann nur Frachtfalle andrücken. Dann macht er alles wieder gerade. Ach so. Ach, das war das Geräusch. Was hast du denn gedacht? Ich dachte, man ist noch nünftig. So. Ha! Ey, das war doch ein Kinderspiel, ey. Klar. Reicht doch. Oh. Oh. Hui! Links, mein Anhänger auch noch mit? Ich weiß. Oh. Mein Anhänger ist schon extra nach vorne gezogen. Das habe ich gesehen, du hast ja wirklich ein bisschen was gemacht. Cool, ne? Eigentlich bräuchten wir gar kein AKW, wir bräuchten eigentlich nur das Ding, wo ich hier mit rumfahre. Das Ding kann alles. Da kann sogar Anhänger hinterher ziehen. So. Gleich sind wir da. Ich singe ein Lied für dich, ich singe ein Lied für dich, 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 du altes Arschloch, du lebst ja immer noch, du altes, Entschuldigung. Oh Gott, Monetarisierung am Arsch. Das war es wieder, ne toll. Ja, toll. Tja, und nun? Egal. Was braucht ihr denn hier? Da braucht gar nichts. Ich habe ein neues Auto. Ich weiß. Neiss. Wohnung raus. So ich komm wieder. Ist das na drohung? Ja. Ben dün 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 dün, heißt Musik? Ja. Ja siehst du. mein radio geht auch grad schon wieder nicht meins auch nicht das war ja ein patch aber auch die musik aus ich weiß ach weil ich jetzt in dein truck bin höre ich sie nicht mehr richtig ich hab die man nicht bezahlt deswegen gehen wir fort ja jemand anderes radion machen gehen wir nicht auf den zeiger man immer weg gehen wir zahlen hat er schon verdammt gemahlen komm in mein gemach du weißt wo wir hin müssen oder ich glaube ich habe Angst gehabt du kommst mir nicht entgegen vielleicht weil man so hell geworden ist wo bin ich denn da bin ich doch ich war doch richtig ich weiß nicht ich habe nicht geguckt deswegen fahre ich noch ist eine brücke eine brücke klar äh tunnel mein gott jetzt einer mal nicht so klein brücke tunel gleiche ob es mit asphalt zu tun richtig oder asphalt wie auch immer asphalt asphalt entschuldigung oh ich dachte Zigaretten mhm mhm asphalt Thema holen Bier? ne Zigaretten da kommst du nix nicht wieder mhm meinst du ich hoffe es ja heute sind die alle Tage ich komm wieder keine Frage hast du nicht gesagt klar hast du nicht gesagt warte wo bist du jetzt eigentlich hast du mal einen Anhänger mitgenommen? ja oh oh ach du bist einfach schon durchgefahren ich wusste ja nicht dass du gleich weiterspringen was ist denn das passiert? du bist gefragt? was? was? gar nicht was soll denn das jetzt wieder? wechsel mal kurz den LKW soll ich jetzt deine Fracht mitbringen? ich weiß nicht wie lange dauert denn das oder soll ich einfach äh du solltest schon vorbeikommen du solltest schon vorbeikommen weil ich steck bestimmt gleich ja auch fest na klar ich kann nicht ich kann die Beobachtung starten na klar dann komm ich halt mal wieder vorbei das ist nett dass du mit meinem LKW wieder vorbeikommst du in der Zeit bin ich sogar schon einmal verreist ey oh wo warst du denn? oh warte oh warte oh warte ja da kenn ich oh warte ich hänge noch nie du hängst nie? ach auch nie was ich in der Zeit schon alles gemacht habe Gotax ja ich auch haben wir mit dem Kran was beladen? ja ich hab sogar ein Auto geholt zwischendurch oh hier wird hell die Sonne geglaubt was ist das gerade für ein Geräusch hier? Entschuldigung Gotax Gotax da ist ein Baum inzwischen aber ich glaube ich hab gerade Lichterkippen gesehen warte ich guck mal kurz Lichterketten Lichterketten oh ey jetzt muss ich wieder die Scheiße aufladen warum hol ich dich denn auch ey wir wechseln gleich du darfst jetzt mal ausprobieren wie das geht du verarsch mich jetzt oder? wieso hast du dich denn jetzt hingespitzt? warum kann ich jetzt Ziegel anklicken? das macht ja keinen Sinn du vermisst es in den Regenpopf oh 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 Hallo Anhänger ankoppeln wie ich renne das ist doch ein Witz ey Truck wechseln bewegen man wie ein Angebot angenommen welches nehmen wir denn? jetzt drück doch mal F hier F? F? tut sich ja gar nix weiter kriegt sich nicht rein das geile ist ich kann noch nicht mal aber wahrscheinlich weil ich keinen Strom habe ne? kann ich keine Binde irgendwo dran packen ja richtig du musst F drücken du musst F drücken da tut sich ja gar nix man ey warum höre ich denn auf dich? ich war schon auf anderen Seite ich war schon auf anderen Seite ja ich weiß ich weiß es du warst auf anderen Seite und jetzt bist du wieder hier war schon auf der besseren Seite oh Gott soll ich die rauskriegen? ne du musst schön seitlich fahren um mich zu ziehen dann ja seitlich ist gut war den Berg du ey du kannst da wirklich inzwischen hochfahren ne? ne da ist ne kleine Lücke na klar ist da ne kleine Lücke aber was ist denn das hier gerade für ein Geräusch ist das krass bei mir rumt das irgendwie so ich hab keine Ahnung ich hab mal ein bisschen Tee drück mal 11 gehst du? ja komm komm krass ja komm er wackelt ein bisschen er wackelt ein bisschen gut was passiert da wir haben gleich neun Lkw guck mal kleines wenige Lkw komm jetzt mach sie oh ey jetzt liegt der da schon wieder faul rum hä? du gibst einfach was? was? nicht abmachen nicht weh drücken ich hab F gedrückt scheiße da war weh f geht nicht oh shit ich kann kein F drücken wo hast du es dran gemacht? auf einen Stein festgemacht? oder was? ach so warte kann es sein warte kann da kein Bild ne du hab da einen Baum hinter dir festgemacht ach so ach da ist der Baum dahinter das ist ja verrückt schon wieder hä? das ist wieder der Baummann echt? ja ach so ist ja kein Ding ja aber ich will irgendeinen höheren Punkt haben zu beziehen ich auch aber leider kriegen wir nicht immer das was wir wollen Gotax jetzt komm ja mach ich doch jetzt zieh merkst du nicht dass du mir gleich einfach nee du musst ein bisschen besser fahren zieh ich brauch nee nicht weh drücken ich hab dich weh gedrückt ey jetzt so hör ich mich jetzt nur auf einer Seite ach so du musst Kopfhörer aufsetzen ah ja stimmt was machst du denn da? zieh dich jetzt anders oh oh kannst du dich mal kurz hier raus? ich hätte mich mal verschluckt ey oh 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 Der Lkw, der hätte da rausziehen werden sollen. Der hängt hier an. Der ist noch der, der übrig bleibt. Los. Ja. Ja. Kommst du? Klar. Also gleich. Okay, ich guck mal aus dieser Perspektive. Oh, ich krieg ne Krise, ey. Ich dachte auch, warum fährst du denn so bescheuert rückwärts? Ich hab ihn ja, hab ihn ja auch gefragt. Hab ihn ja auch nicht mitgerechnet, dass er so bescheuert wird. Oh, ich häng mit dem fest hier. Okay. Ne, warte, geht schon. Ah, ne, warte. Oh, ey. Also ich würde behaupten, wir müssen, wir müssen bestimmt... Ja, was denn? Wir müssen bestimmt von vorne anfangen. Müssen wir nicht. Ne, wir haben noch ein paar Lkws. Du, aber macht ja nix. Der eine Anhänger, der ist schon da hinten. Das ist gut. Keine Anhänger uns vielleicht abholen? Bestimmt. Hilfe. Wo bist du denn jetzt? Warte, ich versuch hier grad hinzukommen. Wieso, du fährst da ja wirklich? Ja. Was hast du denn gedacht? Das dauert aber lange. Ja, ich komm grad auch nicht so gut voran, aber ich bewege mich. Hast du noch Benzin? Ähm, ja. Sehr gut. Ich brauche keinen, aber ich wollte wissen. Ich verbrauche ja nicht so viel. Das ist gut. Du liegst aber auch schön da hinten rum. Ne, dann bin ich ja richtig froh, dass ich grad oben ein andere Auto noch freigeschaltet hab. Warte. Äh. Dann komm ich doch mal runtergefahren. Äh. Wo? Ach, hast du... Hä, will ich jetzt vom Feld oder was? Hier oben, da wird an dem Haus rum schon, da hab grad freigeschaltet. War ein Auto? Deswegen war ich hier grad ein bisschen unterwegs noch. Oh. Na gut. So. Ja. Na gut. Also, aber wir werden erstmal alle anderen genau... Und so? Ja. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich sag einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Tschüss. 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 Tschüss.